Oh nein, das sind ja Hagebutten. Gegen die bin ich extrem allergisch. Echt? Ja, mein Körper spielt danach völlig verrückt. Wie schade für dich, die sind megamäßig lecker. Ach, vielen Dank für den Hinweis, Nils. Hey, was war das denn? Martin, hat's dich erwischt? Haha, du kommst mir wie gerufen. Ich will nicht. Nimm's nicht persönlich, aber deine Federn gefallen mir. Nein, Martin! Nils, hilf mir, ich will nicht gerupft werden. Martin! Martin, halt durch, ich lass dich nicht hängen. Heute hab ich einen schönen Fall gemacht. Was platzt dir so? Verschwindet! Ja, zittert nur vor Angst. Lars ist wieder da! Ja-ha! Oh! Oh! Martin! Hilfe! Hier drüben! Bitte hilf uns hier raus! Der Junge ist grausam zu uns. Er hat es auf unsere Federn abgesehen. Oh! Bitte! Befrei uns! Das werde ich. Aber zuerst muss ich meinem Freund helfen. Danach komme ich zu euch. Versprochen! Alle Federn dran! Alle Federn dran! Mein neuestes Meisterwerk ist endlich fertig! Die Maske hat meiner Sammlung noch gefehlt! Ja! Haha! Nils! 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 Ah! Hilf mir! Ich will sofort hier raus! Martin! Alles in Ordnung? Nein! Dieser kleine Spinne hat mich vollkommen entstellt! Das war's mit meinen Schwanzbädern! Das ist alles meine Schuld! Tut mir leid, Martin! Ich wollte doch nur ein bisschen zickzack fliegen! Sonst nichts! Hm! Aber ich hol dich da raus! Hm! Was ist hier los? Wer ist da? Bring dich lieber in Sicherheit, Nils! Vergiss es! Ich lass dich auf keinen Fall zurück! Nils! Nils! Hör auf mich anzuschreien! Du machst mich ganz nervös! Ich muss mich konzentrieren, klar? Lass auf! Haha! Was haben wir denn da? Hahaha! Hat dich! Ich glaub's nicht! Heute ist mein Glückstag! Jetzt hab ich auch noch einen Elfen erwischt! Ja! Der Elf gehört mir! Der Elf gehört mir! Der Elf gehört mir! Jaha! 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 Jaha!